Der Grund liegt für mich einfach in der zugrunde liegenden Auseinandersetzung in den Vereinigten Staaten. Die Auseinandersetzung des republikanisch-demokratischen Establishments gegen Präsident Trump lässt sich ja nur halten oder weiterführen. Wenn man ein Involviertsein der russischen Föderation wie auch immer glaubt feststellen zu können oder feststellen zu müssen, wenn man das nicht mehr hat, bricht auch der Vorwurf gegen Präsident Trump in sich zusammen. Und damit würde das republikanisch-demokratische Establishment natürlich eine Niederlage sich einfahren. Das ist reine Machtpolitik in einem anderen Land und Russland oder Arti oder Sputnik sind jetzt aus meiner Sicht in der dummen Position, dass sie für diese inneramerikanische Auseinandersetzung herhalten müssen. Das hat mit der russischen Föderation, mit Arti oder mit Sputnik eigentlich überhaupt nichts zu tun. Das könnte genauso gut eine Einrichtung auf dem Mond sein. Das macht aber deutlich, wie heftig und wie brutal die Auseinandersetzung in den Vereinigten Staaten geführt wird. Und man kann natürlich dann auch noch sein Mütchen an der russischen Föderation kühlen. Das ist die ganz klare Absicht, die es aus meiner Sicht der Dinge gibt. Man muss ja die westeuropäischen und sonstigen Alliierten, die muss man ja bei der Stange halten. Und man muss ja bei denen Verständnis dafür aus amerikanischer Sicht erwecken, dass man so brutal gegen einen Mitbewerber wie Arti oder wie Sputnik vorgeht. Dafür ist jede Behauptung den Amerikanern offensichtlich recht und sie nutzen das ja auch. Und anders kann man die Europäer nicht bei der Stange halten, glaubt man jedenfalls in Washington. Wir haben ja eine ziemlich kurzlebige öffentliche Meinung. Und die Leute haben inzwischen schon wieder vergessen, dass die behaupteten Eingriffe von Arti oder von Sputnik oder von Russland in die westeuropäischen und die deutschen Wahlen gar nicht stattgefunden haben. Das heißt, die Lüge ist das Herrschaftsprinzip in Washington und das wird eben soweit betrieben, soweit es Wirkung hat. Ja, das ist eine gute Frage. Man müsste zu den normalen zwischenstaatlichen Beziehungen zurückkehren. Wir haben ja 2012 noch ein Musikkorps der Bundeswehr auf dem Roten Platz gehabt. Das heißt, die haben zum Vergnügen der russischen Bevölkerung da aufgespielt. Wenn man sich das heute vorstellt, ist das unglaublich. Denn wir haben ja eine Situation, wo deutsche und amerikanische Panzer 150 Kilometer von der Stadtgrenze von St. Petersburg entfernt stehen. Das heißt, wir müssen wieder zu einer Situation zurückkommen, wo ein Musikkorps der Bundeswehr auf dem Roten Platz spielen kann oder ein Musikkorps der Roten Armee auf dem Pariser Platz in Berlin. Das ist das, was die Europäer wünschen und die Amerikaner wissen das genau und deswegen versuchen sie einen Stolperstein nach dem anderen in unsere bilateralen Beziehungen zu schleudern. Und das natürlich auch mit Hilfe derjenigen in den baltischen Staaten oder anderswo, die am liebsten morgen oder übermorgen zum Konflikt mit Russland aufrufen würden, aus Gründen, die niemand von uns akzeptiert.